Per Kusmak und seine Familie haben turbulente Monate hinter sich. Nachdem sie Mallorca verlassen haben, brachte der Umzug nach Dänemark sie an ihre Grenzen. Auf Instagram teilt Per ein Selfie mit Ehefrau Janni vor idyllischer Landschaft. Doch hinter dem friedlichen Bild steckt viel Stress und Herausforderung. Der Umzug war sowohl geistig als auch körperlich extrem anstrengend für das Paar. Die letzten Monate haben meine Grenzen wirklich auf die Probe gestellt, schreibt der TV-Star. Er erzählt, wie er falsche Freunde und überholte Ideale losgelassen hat. Besonders schwer war es, ohne festes Zuhause zu sein, während ihr Haus in Dänemark renoviert wurde. Wochenlang reiste die Familie mit drei kleinen Kindern quer durch Europa. Per arbeitete Tag und Nacht an der Renovierung, was zur Folge hatte, dass die Familie getrennt war. Nun fühlt sich der Reality-Star endlich angekommen. Gleichzeitig freut er sich aber auch schon wieder auf die nächste Reise. Anfang des Jahres sprachen Per und Janni über ihre möglichen Umzugspläne nach Dänemark. Sie erwogen, entweder ein Sommerhaus zu kaufen oder komplett umzuziehen. Com mitigation. Untertitelung. BR 2018